So, so YouTube, willkommen und zurück zu TimeGuessler. TimeGuessler, 5 Runden, 5 Orte, 5 Zeiten. Wir versuchen die 50.000 Punkte zu schaffen, schaffen aber meistens 40.000, was auch noch okay ist. 30.000 wäre auch noch gut, alles da drunter eher schlecht. Ja, das ist schon mal die zweite Aufnahme hier, da ich gerade vergessen habe, die Zähne zu wechseln. Zumindest in diese Aufnahme hier für euch. Und ja, deswegen kennen wir das erste Bild schon, haben es aber noch nicht fertig gemacht. Wir waren gerade am diskutieren, wann und wo das ist, also fangen wir nochmal ordentlich an. Ja, Gregor hat mich darauf hingewiesen, dass die Zähne nicht gewechselt wurde für die Aufnahme. Und ja, zum Glück ist er da. Und er hat recht, wir sehen hier Mark Zuckerberg und ich weiß halt nicht, wo er studiert hat. Ich glaube nicht Harvard und deswegen wurde er doch immer aufgezogen. Das ist wahrscheinlich irgendwie School of Los Angeles oder sowas. Oder das andere da. Was gibt es noch? Harvard und die andere ist doch... Ja. Sieht auch nie nach Harvard aus, nicht vom Alter des Gebäudes. Gut, muss ja nicht auf dem Unigelände sein. Aber es sieht aus wie eine Fotomontage. Ich glaube, das sieht nur so aus, weil das Licht echt strange fällt. Also das Haus dahinter stimmt schon. Aber man sieht, die komplexen Formen hier hinter von den Steinen gehen hinter die Haare. Das wäre schwierig, das Fenster geht bis hier rein, korrekt. Ich glaube, es wäre schwierig, das wirklich zu Fotomontieren in der Qualität. Das ist, glaube ich, wirklich nur durch die entsprechenden Lichteinfälle so komisch, dass er aussieht, als ob er wirklich reingepastet wurde. Zähne wechseln kenne ich sonst aus dem Seniorenheim. Warum Zähne? Achso, Sähne wechseln. Ja. Okay. Wir sind irgendwo in Amerika. Aber wie heißt denn diese Uni, die ich meine? Also es gibt Harvard und es gibt... Und ich wüsste ja selbst dann nicht, wo sie liegt. Ich weiß doch nicht, wo er aufgewachsen ist. Ich hatte mich auf 2004 eingeschossen, weil ich gesagt habe, die Laptops, die sehen eigentlich schon noch ein bisschen neuer aus. Aber ich glaube, er ist 42, 18 Jahre runter, 24 Jahre runter. Und dann, wann studiert man mit 22? Genau, also 20 Jahre runter sind wir so bei 2004. Könnte auch ein bisschen später sein. Kann auch... Ich weiß halt nicht, seit wann es Facebook gibt. Und vielleicht hat er hier Facebook schon gegründet und der sieht nur sehr gut aus. Cambridge meine ich nicht. Nee, nee, nee. UCLA. Genau, UCLA. Und dann gibt es noch eine. MIT. Genau. Aber es gibt noch ein anderes, wo ich dann dachte, dass der Gegenspieler von Harvard immer, auch im Film und sowas, wenn die sich entscheiden müssen, wo sie hingehen, Harvard und Yale. Genau, die Yale-Universität. Danke. Dann haben wir das auch geklärt. Okay, aber ich würde sagen, UCLA. Wir sind in L.A. Das ist schon mal gut. Ich habe auch keine Ahnung, nicht? Andererseits, die Bäume sehen nicht nach L.A. aus, oder? Andererseits, wie sehen die Bäume in L.A. aus? Wir gucken mal. Universität of California. Ist das nicht UC denn nur? Universität, UCLA, California. Aber die Häuser sehen doch ganz gut danach aus, nicht? Mittelalt. Eher moderner. Ein paar ältere. Aber von den Fassaden her haben die nicht Backstein. Das stört mich gerade ein bisschen. Hier wäre Backstein. Vielleicht ist es aber auch so eins. Von der Form her müsste man ja so ein Eckraus wie das hier sehen. Mit schwarzem Dach. Gut, ich meine, das kann auch irgendwo sein, wo er gewohnt hat. Nicht ein Studentenwohnheim. Schwierig, schwierig, schwierig. Gefällt mir nicht so. MIT, Michigan. Michigan. International Tech School. Aber selbst dann, wo ist die? In Detroit? Äh. Weiß ich, wo das MIT liegt. Ich wüsste nicht mehr, wo Harvard liegt, nicht? Da geht's los. Komm, ich, ich hab keine Ahnung, wo die anderen liegen. Es lohnt sich jetzt auch nicht zu suchen. Ich, ich hab gar keine, gar keinen, gar keinen Anhaltspunkt. 2004 dauert. 2004 dauert. Okay. Boston. Facebook-Cofauna Mark Zuckerberg und Chris Hüge photographed outside zu Harvard. Doch, Harvard. Ach, ich dachte, war denn Elon nicht in Harvard? Einer von den beiden war doch nicht auf Harvard. Und die kacken sich doch deswegen immer gegenseitig an. Du weißt, wo die liegen. Siehst du? Da gewinnt dein Wissen. 2004 genau richtig rausgerechnet. Okay. Ah, okay. So sieht Harvard aus. So ne modernen Gebäude, die sehen so neu aus. Aber die scheinen echt alt zu sein. Krass. Haben wir auf jeden Fall neue Fenster mal bekommen. Na gut, wer Geld hat, kann auch Geld investieren, nicht wahr? Location immer in 670 Punkte. Ja, genau getroffen. In Boston liegt Harvard. Okay. Cambridge und MIT. Alles in Boston. Yale ist New Haven. Okay. New Haven, wo auch immer das liegen möchte. Wo liegt denn New Haven? War das nicht hier neulich irgendwo? Ich bin halt echt ein Null-Amerika-Fan, nicht? Auch so, äh, gerade sind ganz viele Streamer in, in Amerika. Auch wenn ich die gerne gucke, aber Amerika interessiert mich so gar nicht irgendwie. Also, weiß nicht. Da bin ich echt halb raus. So Kanada oder so bin ich schon wesentlich interessierter, wenn ich da was sehe, nicht? Aber so immer New York und das hat man so oft in allen Sachen gesehen. Man ist so übersättigt. Ja, dachte, es war hier irgendwo. Aber naja, gut. Connecticut. Co, Connecticut, da. Denver? Nee, Colorado. Wo ist Connecticut? Con- Wo ist Corny? Ist das hier? Okay, alle, alle liegen hier vorne. Ah, da ist New Haven. Stimmt, neulich hatte ich das, als ich New York nach Norden gegangen bin, nicht? Okay, sieht aus wie so eine Planstadt. Alles klar. Ja, das muss ich mir auf jeden Fall merken. Yale. Hm. Das ist Colorado. Ja, ja, ja. Colorado-Gummibären war das andere. Gut. Hilft dir nix, wir machen weiter mit Runde 2. Okay. Tja. CEO oder Tokio? Bin doch unentschieden. Das Problem ist, ich... Nee, okay. Japan. Ich muss die Strift kurz sehen. Okay, dann gehen wir wieder Tokio und suchen uns hier irgendwo ein McDonalds, hier um diesen Bahnhof. Hier wird doch irgendwo ein McDonalds so sein. Hast du aber auch nicht ganz, nicht, von der Schrift? Ja. Das sieht auch nicht in Südkorea aus. Auch nicht asiatisch. Vietnam? Nee. Aber ich weiß nicht, wie es vietnamesisch aussieht, weil bei Geotastic nie die Zeichen auftauchen. Da ist immer alles Englisch nur. Wenn man am Randgebieten ist. Thailändisch ist es nicht. Thailändisch ist es nicht. Doch. Okay, japanisch. Hier. Da gibt es solche Zeichen. Alles klar. Gut. Puh. Weil hier... Das ist wieder... ...so verwurschtete Zeichen. Wie chinesisch. Und dann gibt es wieder diese cleanen Zeichen. Und hier sind nur cleane Zeichen. Das verwirrt natürlich. Ich brauche ein McDonalds. Ein McDonalds wäre schön. Hier ist ein Pizzart. Zur Not nimmst du Pizza. Ist ein McDonalds. Aber ich verrate nicht welcher. Soll ja nicht zu leicht sein. Ey, ey, ey. Warum? Verrat doch mal. Wie sagt man so schön? Gönn doch mal. Gönn McDonalds. Nicht? So würde man das heutzutage sagen müssen. Aber ich will einfach nur die McDonalds finden. Also eine McDonalds. Nicht? Dann kann man sich schon... ...ziemlich zufrieden fühlen. Muss ja in einem... ...touristischen Gebiet sein halt. Und dann müssen wir immer noch die Zeit schätzen. Wir haben einfach zu viele Läden, nicht? Ich glaube, ich finde nicht mal ein McDonalds auf der Karte. Also wenn ich Glück habe in so einer Zoom-Stufe. Aber... Hallo Schleicher. Ich habe auch mal gespielt. Für mich. Circa 40k Punkte. Ja, du kannst mich auch gerne adden. Äh, Larry Wayne. Dann sehe ich dich gleich in der Bestenliste. Außer... ...das Angst. Oder du gehst auf Teilen unten. Und postest es nur im Discord. Da ist es im Discord. Da ist es ein bisschen geheimer. Da hat man so eine grafische Übersicht dann. Das ist eigentlich ganz praktisch. Ja, ich habe das erste Bildschirm verkackt. Aber ich benutze ja auch kein Google oder so. Das... ...ich mal wenigstens so kleine Sachen abschecken kann, nicht? Ich habe nicht schon gehört. Manche machen das. Und dann ist natürlich das Ergebnis verzerrt. Wenn man die meisten Bilder einfach in die Bildersuche ausschieben kann. Dann kriegt man ja sofort das Ergebnis. Da ist McDonalds! Exakt der McDonalds und... Jetzt müssen wir noch eine Zeit herausfinden. Der ist ein bisschen älter, der McDonalds, nicht? Das ist nicht aktuell. Oder die haben ein altes Design. Ich weiß halt nicht, wie teuer die Sachen inzwischen sind. Das sieht mir nach 70er aus. Ja, da ist die Schlaghose. Sagen wir... 75 in Tokio. 78. Drei Jahre weg. Und es war nicht der... Da war ich inzwischen. Ah, hier doch der. Warum wird der nicht angezeigt? Weil er da nicht mehr da ist, nicht? Ach, Kacke. Okay, da ist ein neues Gebäude. Bam, bam, bam. 80er A, Schätztu. Ich dachte, du hast selber gespielt. Dann weißt du doch schon die Ergebnisse. Am Jenszeichen hätte man auch Japan einkönen können. Okay, stimmt. Aber ich weiß nicht, wo Jens noch übereingesetzt wird. Vorhin. Ja, aber es ist doch die gleiche Runde. Ach so, du hast nicht das Daily gespielt. Ah, wir spielen immer das Daily. Da kann man sich super vergleichen. Oder auch hat man so die Möglichkeiten. Jens gibt es nur in Japan. Okay, siehste. So habe ich es auch gemacht. Habe auch exakt 1978 getippt. Okay. Nächste Runde. Ach ja, easy. Das hatten wir schon so oft. Also das Bild, da kann ich im Schlaf atmen, die Brücke. Da brauche ich gar nicht weiter ranzoomen, nicht? Das ist genau an der Stelle da. Sind wir auf der rechten Seite? Ja, wie weit? Ja, ich würde sagen, da passt sehr gut. Und ja, 1956. Meistens war es da ein bisschen später. Die Autos sind aber rund. Dann sagen wir 65, guess. Und es war doch 57. Und ein bisschen weiter hinten in der Brücke sogar. 7.497. Okay. Beim letzten Mal war ich an der Stelle. Da waren Runde Autos. Ich habe 1950 gesagt. Und es waren die in den 70ern. Also, als ob die 30 Jahre lang einfach die gleichen Autos da gefahren haben. Leckt mich doch am Poppes. Aber okay. Nächste Runde. Istanbul. Definitiv. Damit kommen wir schon zur vierten Runde heute. Werden haben wir denn hier? Krankenhäuser. Und eine Armee. Mhm, mhm, mhm. Okay, also, ich würde sagen, wir sind Erster Weltkrieg. Oder ein Knast. Oxudun Head. Okay, wir sind in einem Knast in... Den Haag. Amsterdam West. Irgendwie sowas würde ich sagen. Aber ein Gefängnis werde ich von oben hier nicht erkennen, nicht? Obwohl, Gefängnisse sieht man eigentlich gut von oben, aber... Wahrscheinlich hat sich die Stadt eh komplett verändert. Vielleicht irgendeine Insel hier, wo das mal drauf war. Aber es ist auch alles umgebaut worden, nicht? Vielleicht irgendwo hier mal gewesen. Na, komm. Sagen wir einfach hier. Lazarett, denke so Anfang Zwanziger. Ja, denke ich halt auch. Oder eine Kirche, die als Lazarett dient. Nee, eher ein Theater. Muss relativ an der deutschen Grenze sein. Da stehen viele deutsche Worte. Oder die Sprache war damals noch nicht so eigenständig. Steht wacht, gehängt. Oder die Worte sind halt übernommen, nicht? Okay, also eher ein Theater, was als Lazarett dient. 1916. Irgendwo da. Rotterdam. Mehr. Serbian soldiers being treated for Spanish flu at Auxiliary Hospital... Doch, ein Krankenhaus. In the Netherlands. 3% of the world population died during this pandemic. Na, Mensch. Okay. Nicht, ist halt irgendein random Haus, aber auf einer Insel. Hey, immerhin. Krankenhäuser und andere Sachen lagen oft auf Inseln. Oder abgegrenzt ein bisschen. Weil die Leute damals sonst Angst hatten, nicht? Aber gut, falsche Stadt. Zeit 1919. Also ein bisschen später. Ist kein Krieg, kein Lazarett. Sondern eine Krankheit. In Deutschland kostet der Hamburger inzwischen fast 2 Euro. Heftig. Ich hab noch 1 Euro im Kopf. 2 Euro? Der kostet doch schon 2,50. Wo kostet der denn inzwischen fast 2 Euro? Also, wäre ja schön, wenn er 2 Euro kosten würde. Also zumindest hier. Also Leipzig ist, glaube ich, eh immer teurer. Der Döner ist auch schon längst hier auf 10 Euro. Wenn nicht 59, wenn du ihn dir liefern lässt zumindest. Den günstigsten, den ich kenne, den ich geliefert kriege, ist irgendwie bei 8 Euro. Deswegen weiß ich nicht, was alle heulen. Oh, der kostet bald über 8. Hier schon seit Jahren. Realität. So, wir sind in Deutschland. Hanau. Wir sind irgendwo dort. Mit 5 um 5. Oh Gott, es regnet. 86. Jetzt müssen wir nur den Ort genau triangulieren. Und das macht mir am meisten Spaß. Also, wo war Hanau? Mit diesen Schildern, nicht? Ich weiß noch das eine Mal, wo wir genau trianguliert haben. An diesem einen Ding und dann ungefähr die Position herausgefunden haben. Oder wo wir über die Weltkugel oben mussten, um das herauszufinden. Ach, Herne ist das, nicht? Was ich im Kopf hatte. Hanau. Frankfurt am Main. Also eher hier. 13 Kilometer. Oha. Gregor Simon asked me, was kostet aktuell ein Hamburger bei McDonald's? Keine Ahnung, Gregor. Ich bin eher der Typ, der zu Hause Burger brät. Mampfe lieber gemütlich bei mir zu Hause, während andere sich durch die Drive-Thru-Schlange quetschen. Das stimmt sogar. Die KI kann hier nicht mehr das so richtig beantworten, weil sie schnippisch ist. Die KI hat mir 2 Euro gesagt. Also, ich glaube, die ist wesentlich teurer. Hamburger. Hamburger. McDonald's. Also, im Angebot, wenn du irgendeinen Dings hast vielleicht. 1,29 Euro? War das so günstig? Ich gucke einfach in die App. Oder war das bei Burger King? Das kann natürlich sein. Das ist für mich ja eine Suppe. Und wir gucken. Wir checken Fakten. Fakten, Fakten, Fakten. Also, bei Burger King kostet er McDonald's, finde ich, kann man nicht essen. Extra Long Chili Cheese. Bacon King. Wopper Junior. Hamburger kostet 2,79 Euro. Bei Burger King. Okay. Jetzt gucke ich McDonald's. Wo ist es? Das ist natürlich nicht in den... Weil ich da nie bestelle. Ich habe jetzt aber auch echt schon ein Dreivierteljahr nicht mehr bestellt. Koch, seit ich selber koche, habe ich einfach auch so viel Ruhe. Das mit ihren... Liefern nicht. Und die armen Leute, die liefern. Ja gut, dann bestelle ich gar nicht. Dann habt ihr gar keinen Job. Also, irgendwie ist es auch immer... Warum muss immer der Kunde dafür Sorge tragen, dass Menschen richtig bezahlt werden? Das sollen schon Unternehmen machen. Die müssen in Pflicht genommen werden. So. Da kann der Staat ruhig ein bisschen mehr machen. Okay. Okay. Menü. 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 Ich scrolle. Äh. Wopper Junior. Hamburger Royale. Hamburger Royale Cheese. McChicken. McPlant. McRib. Äh. Gibt es doch einfach nur Hamburger. Chili Cheese. Doppel Cheeseburger. Hamburger. 240. Cheeseburger 270. Wollte ich doch sagen. Und hallo Donöko. Aber dann bitte Hamburger mit Käse drauf. Ja, dann ist es aber kein Hamburger. Dann ist es ja ein Cheeseburger. Burger King ist generell teuer. Schmeckt aber auch besser. Burger King schmeckt nach altem Frittenfett. Na, ich glaube das kommt immer auf die Fialen drauf an. Wir haben hier einen am Hauptbahnhof. Die liefert einfach... Äh. Immer... Falsch. Aber auch der McDonalds am Hauptbahnhof liefert immer falsch. Und die andere Fiale, die wir in der Nähe haben, da die Mitarbeiter immer freundlich bei Burger King. Da kommt immer alles gut an. Da ist immer alles auch mit viel Soße sauber belegt. Da ist alles drauf. Da fehlt auch nie was bei der Bestellung. Oh, und... Ja, gut. Aber es ist halt ewig her. Gut, ein anderes McDonalds habe ich nicht mehr getestet seit 20 Jahren. Ich glaube nur das eine Mal, wo ich wirklich da richtig Hunger hatte, als ich vom Zug kam halt im Hauptbahnhof. Ansonsten McDonalds kommen hier einfach nicht ins Haus. Eine 15er Stream-Serie. Auch die könnt ihr erreichen. Kommt in den Stream und zeigt es mir. In Japan sind die Dinger billiger. Tja, Japan anscheinend besser. So, wir müssen Hanau noch finden, nicht? Muss ja irgendwo hier in einer der Richtungen liegen. Spire. Bonn. Marburg. Würzburg. Darmstadt. Hanau, da. Okay. Ist dichter dran. 27 Kilometer, Frankfurt am Main 13. Hegers Haus. So, hier habe ich leider keine Kilometerabstände. Wo ist Hegers Haus? Das könnte jetzt da oder da liegen. Es muss ja dazwischen sein, nicht? Wenn Hanau 27 weg ist, Frankfurt 13, gut, könnte ich auch noch hier sein. Entweder dazwischen, ich weiß die Abstände nicht, oder halt hier. Ich kenne doch die Stadtteile nicht. Maintal. Hegershausen. Mehr sieht man nicht. Oberroden. Ach, Langen 13 Kilometer. Okay. Wo ist Langen? Da müssen wir mal richtig reinlangen. In Iderstein. Langen, Langen, Langen. Bei mir doof habe ich immer den Drang, hinterher zum Klo zu müssen. Und nach 15 Minuten hast du immer wieder Hunger. Ja, auf jeden Fall. Ich mache mir immer Burger selber inzwischen. Da zahle ich einen Bruchteil und kriege genauso lecker oder viel leckeres Essen. Ich habe richtig gute Barbecue-Soßen geschenkt bekommen. Das macht so viel aus. Ich fahre jeden Arbeitsmarkt zweimal McDonalds vorbei und habe sogar Gutscheine. War da seit Ewigkeiten nicht mehr drin. Zuletzt habe ich einem Burger King ein Eis gegessen. Ja, stimmt. Die Eisdinger, die gehen immer. Langen 13 Kilometer oder ist das zu kurz? Ich glaube, es ist zu kurz. Ich kenne die Ecke halt gar nicht, nicht? Ich kenne eigentlich nur den Osten so ein bisschen um Berlin herum und vielleicht um Leipzig halt. Fulda, Gießen, Marburg. Ist Langen weiter weg? Nee, kann ja nicht. Muss ja hier irgendwo sein. Worms, Würzburg, Schweinfurt, Eisenach, Bonn. Langen, Langen, Ingel, Langen. Niederhausen, Hegershausen. Wir können auch hier oben sein. Sehr Langen echt nicht. Langen könnte auch hier zwischenliegen. Hier in die Richtung können wir nicht sein, nicht? Wir können nur auf der Hälfte hier sein. Und warum sollte der Langen dran stehen? Oberroden. Wenn noch eine andere große Stadt in der Nähe ist. Hm, hm, hm. Nassstetten, Oberwiesel. Gibt es auch einen Unterwiesel? Wahrscheinlich. Ach, Oberwiesel. Mörsdorf. Montaburg. Marienberg. Köpken, Gießen, Marburg. Fulda. Okay, und da gehe ich in die falsche Richtung. Blöd, ich sehe die anderen Sachen nicht. Ich sehe mein Haus. Wo muss ich hinschießen? Abgeschossen. Ich schiebe mir auch lieber ein halb gebratenes Oink Oink vom Fleischdealer meines Vertrauens rein, als zu einer Burgerbude zu gehen. Ich muss sagen, wenn man sich richtig scheiße fühlt, ist das trotzdem manchmal einfach so ein Essen, was einen wieder hochholen kann, auch wenn es absolut Müll ist. Aber einfach für das Gewissen. Aber zum Glück passiert das nicht oft, nicht? Sodass man sagt, ah, ich mache es mir doch lieber lecker selber. Hm, ja gut, ich sehe weder das eine noch das andere, noch Langen, noch Groß-Gerau, Oberroden. Als Gärau, nicht in Sachsen. Wiesbarn, dann würde ich erwarten, dass Wiesbarn dran steht. Aber was sind denn auch 13 Kilometer hier? Das ist schwierig. Und was könnte man das jetzt festmachen? Flughafen ist 3 Kilometer eine Landebahn? 3, 6, 9, 10, 12. Dann wären wir hier hinten irgendwo eher. Dann eher Nord oder Süd? Hm. Ich meine, bei Wiesbarn würde Wiesbarn dran stehen. Oder Mainz, nicht? Aber es sieht auch städtisch aus. Gibt es denn hier um Darmstadt? Okay, ich muss mich, glaube ich, einfach entscheiden, nicht? Ich werde die Städte einfach nicht sehen. Wo ist jetzt sein? Gehen wir einfach hier nach Nord-Darmstadt. Keine Ahnung. Dahin. 1986. Und go. Und das war gar nicht so weit weg. Zum Glück. Nördlich von Münster. Ist das das Münster? Eppertshausen. Okay. Die Sachen stehen auch gar nicht dran, die da aufgeführt werden. Oberroden. Das Niederroden. Okay. Das hätte man vielleicht sehen können. Aber da hätte ich immer noch nicht Oberroden gesehen. Oberzausen sehe ich halt. Langen? Auch Langen sehe ich nicht. Ne. Aber 9844 ist okay. Ich schaue an mir runter und sehe einen kurzen. Hm. Frei übersetzt. Oh Gott. It rains graffiti in Germany following the Chernobyl disaster. Much of Europe's ground radioactivity level skyrocket from nuclear fallout. Und somit kommen wir zu den nuclear points von heute. 41.557. Drückt auch hier auf Share Result. Postet es im Discord. Wo? Und da Time-Guess-Ergebnisse. Ich würde mich freuen, wenn wir uns da gegenseitig vergleichen. Oder fügt mich in die Freundesliste hinzu. Und dann würde ich euch sehen im Leaderboard. Bam, 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 bam. Wunderbar. Und Gregor, 2000 Punkte vor mir. Ach. Aber ist okay, denke ich. Der eine Aussetzer hat mich heute gekillt. Mit Los Angeles und Boston. Hätte ich gewusst, dass alle Unis, glaube ich, an der einen Küste sind, dann wäre ich eher nach da gegangen, nicht? Naja. Die anderen Sachen waren alle okay. Tokio war okay. Istanbul war okay. Frankfurt am Main okay. Niederlande, ja. Zufall. Hätte man vielleicht wissen können. Das Schlechteste waren hier acht Jahre in Istanbul. Die ärgern mich heute am meisten. Ansonsten die Jahre null bis drei Jahre nur daneben. Finde ich okay. Damit würde ich sagen, beende ich die Aufnahme. Und wir sehen uns zur nächsten Folge morgen wieder.